Vielleicht kriegst du oft einen Korb. Wahrscheinlich tut dir diese Ablehnung auch echt weh, weil du schon bei dem Gedanken an Ablehnung total blockierst. In diesem Video bekommst du eine Methode, mit der du Ablehnungen in Dates verwandeln kannst. Aber ich muss dich warnen, denn die nächsten Minuten werden dir nicht gefallen. Ich kann dich verstehen, ich kenne diesen scheiß Schmerz, aber in den nächsten Minuten wirst du die Wahrheit hören. Also schau nur weiter, wenn du auch bereit dafür bist. Bevor du meine IGV Methode bekommst, um Körbe in Dates zu verwandeln, will ich dir sagen, mein Lieber, einen Korb zu bekommen ist wie Atmen. Wer nicht jeden Tag, an dem er an Frauen denkt, mindestens einen Korb sammelt, der hat Verführung einfach nicht verstanden. Als erstes musst du verstehen, Ablehnung ist nicht das Ende von Verführung. Ablehnung ist der Anfang. Wenn ich mich introvertiert, schüchtern und verletzlich fühle, so wie du wahrscheinlich, dann werde ich es gerade nicht sanft angehen und mich nicht vor der Verurteilung von Frauen schützen. Lass uns diese Ablehnung in einen Flirt verwandeln, bei dem sie merkt, wie sehr sie uns eigentlich will. Warum ist Ablehnung der Anfang eines jeden Flirts? Aus mehreren Gründen. Erstens, du kommst in einen Flow, wenn du jeden Tag mit Frauen ungezwungen redest. Du bekommst Unabhängigkeit, weil du deinem Unterbewusstsein signalisierst, dass es noch genügend Auswahl gibt. Du nicht bedürftig bist und von den Reaktionen oder dem Resultat mit dieser einen Frau abhängig bist. Zweitens, du bekommst die Übung an genau den Stellen, wo es hadert. An deiner Schlagfertigkeit. Du brauchst jetzt nicht zu verzagen oder dir zu denken, oh mein Gott, jetzt muss ich auch noch ein Buch lesen über Schlagfertigkeit. Darum soll es hier nicht gehen. Mit der IGV-Methode brauchst du ab sofort nur die folgenden zwei Dinge tun. Erstens, interpretiere alles ab sofort als Flirtversuch. Die Frau, die dir den letzten Parkplatz vor der Nase wegschnappt. Bitte Madame, nach ihnen. Haben sie sich verdient. Die schnippische Kassiererin. Oh, hat da jemand wohl einen schlechten Tag erwischt? Na komm, so schlecht kann er doch nicht gewesen sein. Sag dem Kollegen oder der Kollegin, die gerade in deinen Raum kommt, um sich nach den letzten Quartalszahlen zu informieren, sag ihr einfach, na komm, du wolltest nur mich sehen, oder? Gibst du, du hast mich vermisst. Alles von deiner Umgebung ist ein Flirtversuch und die beste Art auf einen Flirtversuch einzugehen ist es immer. Mach es größer und verrückter. In den ersten Wochen meines Coaching-Programmes sehe ich immer wieder Männer, die jegliche Interessenssignale von Frauen als Ablehnung interpretieren. Dabei wird es den Älteren, die schon länger als vier Wochen im Programm sind, jedes Mal klar, dass wenn eine Frau dir so ein Signal aussendet, es sind 99 Prozent der Fälle der Fall ist, dass sie dich mag. Wenn du eine Ablehnung verspürst oder meinst, dass dir eben jemand einen Korb gegeben hat, sei es beim Ausgehen, im erweiterten Freundeskreis, online oder im Supermarkt. Wenn sie dir zum Beispiel sagt, ich sterbe nicht auf kurze Männer, dann gib nicht auf, sondern mach es größer und verrückter. Das kann so viel Spaß machen. Dann sagst du ihr zum Beispiel, absolut, so kurz wie ich bin, kann ich dich nur küssen, wenn ich mich auf einen Hocker stelle. Musst du dich wohl runterbeugen. Spuhl nochmal zurück, ich habe ihre Ablehnung gerade einfach nur größer und verrückter gemacht. So etwas zeigt Selbstvertrauen und Frauen lieben Selbstvertrauen. Wenn sie dir sagt, sie hat einen Freund, dann entgegne ihr, wow, das ist aber mal eine Abfuhr. Hast du sie dir den ganzen Tag überlegt? Na komm, das geht aber besser. Aber was ist mit den Frauen, die wirklich kein Interesse haben? Okay, Nägel mit Köpfen. Nachdem du mit ihr geflirtet hast und sie es dir zum zweiten Mal gesagt hat, dann lass sie ziehen und wünsche ihr alles Gute. Nehmen wir an, du überwindest dich, nicht nur Frauen im Online-Dating, sondern im echten Leben, im erweiterten Freundeskreis, beim Ausgehen mit Freunden, bei einer Ausstellung, im Supermarkt oder eben nachts beim Ausgehen anzusprechen. Du gehst auf sie zu, beginnst dein Gespräch und sie sagt dir, sie hat einen Freund. Interpretier es als Flirt. Mach es größer, und verrückter und sag, das ist doch perfekt. Ich habe auch eine Freundin. Dann können wir die beiden ja verkuppeln, irgendwo hin ausbüchsen, eine neue Identität annehmen und endlich das Agentenleben leben, das wir immer leben wollten. Damit geht der Flirt los und wenn sie dann lachend oder positiv darauf reagiert, dann sagst du, okay, Spaß beiseite. Wie verrückt wäre es, wenn du und ich wirklich auf ein Date gehen würden und bleibt sie da und findet den Gedanken auch irgendwo spannend, dann mach ihr einen konkreten Vorschlag, wo ihr hingehen könnt. Danach reichst du ihr einfach dein Handy und bittest sie, ihre Nummer einzutippen. Wenn du die IGV-Methode anwendest, dann wirst du verdammt oft feststellen, dass der vermeintliche Freund doch nicht existiert. Männer, die gut mit Frauen umgehen können, die vergrößern Ablehnung und ziehen sie ins Absurde und so beginnt ein Flirt, wo oft vorher keiner war. Aber warum hat sie diese Ausrede überhaupt erfunden? Du würdest dich oder einen anderen Mann wahrscheinlich auch abweisen. Denn wenn sie schon 50 Mal auf ihr höfliches Nein Danke mit Warum denn? Komm schon! Ich verstehe nicht warum! Bis hin zu Du blöde Schlampe zu hören bekommt, dann entwickelt sie irgendwann ein natürliches Schutzschild. Bei vielen ist es einfach ein Abwehrmechanismus, um sich lästige Kerle vom Leib zu halten. Darum fang nie an, mit ihr zu diskutieren, sie überzeugen zu wollen oder übergriffig zu werden. Das haben Frauen nicht verdient. Verbreite deine gute Laune dann eben einfach bei anderen Menschen. Für dich ist Ablehnung ab sofort nur der Anfang einer witzigen und vielleicht wunderschönen Nacht. Und wenn du wissen möchtest, mit welcher geheimen Flirtformel ich seit Jahren mit Frauen tiefe Verbindungen aufbaue, dann bekommst du sie jetzt. Dazu brauchst du nur dieses Video anzuschauen.